Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann. Heilands Worte. Gebet. Milliarden und Millionen. Millionen mal mein Jesus. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit mein Jesus für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen mal opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf. Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbeflägten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen. Dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Und ich kann sie retten, verkünde es. Heilands Worte. Ich brauche Sühne, Seelen, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten. Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder. Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft. Und ich segne euch. Eure liebe Mutter. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Heiliger Josef. Herr Vater Jesu Christi und wahre Bräutigam, der Allerheiligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und für die Sterbenden dieser Nacht. Amen. Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig. Wir lieben euch. Rettet alle Seelen, besonders die Priestersseelen und die Gottgeweihten. Mit der großen Bitter, diesen Liebesakt mit jedem Atemzug, mit jedem Wohlschlag tausendmal wiederholen zu dürfen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilfe auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilfe auch uns, eine Herberge, für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Allerheiligste Jungfrau Maria, tausche bitte mein sündhaftes, wangelmütiges Herz aus gegen dein heiligstes, unbeflecktes Herz, damit du in mir wohnen und der Heilige Geist in mir wirken kannst. Liebster Herr Jesus Christus von Nazareth, Sohn des lebendigen Gottes, tausche bitte mein sündhaftes, wangelmütiges Herz aus gegen dein heiligstes Herz, damit du in mir wohnen und der Heilige Geist in mir wirken kannst. Erfülle meine Bitte, du guter und getreuer Jesus, damit du bald als Friedenskönig über diese Welt herrschen kannst. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb. Uns allen deinen Segen gib. Amor mit dem Kindelieb. Amen. Amen.